hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video wir sind heute draußen im geraden mit unseren dutch open und wir wollen chili con carne machen da schmilzt schon mal das butterschmalz und jetzt man Schöntgeräu Das war's für heute. Warte. Warte, warte, warte. Eis. So, das Chili kocht und ich werde jetzt gleich drinnen die Spaghetti Bolo vorbereiten, weil zwei von drei Kindern kein Chili con carne mögen und die sollen ja auch was Tolles essen. Genau und dann gehe ich wieder hier raus zu meinem Mann und dann trinke ich glaube ich einen Wein. So, das Chili ist jetzt fertig und dann gucken wir gleich mal wie es schmeckt. So, das Chili war super super lecker. Das schreit nach auf jeden Fall Wiederholungen und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.